Kumpel und Ebener Ebener vielleicht nicht Alter Jonge, das ist extrem weiß ich sehe kaum was Augen auf dann wär's da schwarz von Eggie drauf ach hier gibt's ja nichts alles klar wieder zurück das ist wirklich nicht am Anfang unsere Insel sieht ach ne ist was anderes ich dachte gerade die Insel würde eckig enden Dr. Eggie Eck oh Alter ich vermisste richtig den Typen der war lange nicht mehr hier kann das sein ja ich glaube er ist wieder zurück aus dem Urlaub ich hab mitbekommen dass er seinen Rechner eingelassen hat ja und hat den Tier verlassen für immer für immer auf ewig auf ewig auf ewig der Versorgung über uns so war sonst wird es nicht so dramatisch und Wasser nachher dann warum werden wir eine Koordinator um das weiß nicht was du bist minus 30 Jahre alt und das ist ein 50 sich um 50 die untere ist bei mir 3600 das ist ein kuchen so ab da bist du doch dann mal um dann kennst du kennst diese um die im einen zufrieden sind ja warte mal pass auf das da rein kennst du nicht diese diese um diese gelte abzocken gehen bootsteuerung stinger diesmal im hannover zu gibt oder so da kannst du ja auch so ein euro oder zwei euro reinwerfen und dann so ein boot in so einem kleinen gehege steuern gib mir geld dann fahr ich los du musst jetzt lachen er hat er gehört er hat er so zeit vorbei bringt sich immer selbst in die luft danach in der um aber noch wo die kürzer und das war lustig aber sie nicht so weit gleichzeitig sein würden du sagst noch bestimmte Hälften bei den Bekommen was soll es brauchen dunkles oder das ist auch aber auch nicht abgebaut die Hälfte wo man ich würde gerne Musik hören und muss man auf für Musik und werden auch mal aus dem Baum gewachsen Alter was die Weißer meiner einzigen Player Welt wo ich da so ist und so und so ein Ding ist gebaut hat so ein Wintergarten und da so ein Baum drin geplandet habe und dann so ein Glasblock platziert habe und der direkt vorm Baum stand auf einmal wächst der Baum, Alter ich habe mich zu Tode erschreckt auf einmal ploppte so ein Baum vor mir auf Bongo ich will den Lavasee ja bei uns unten gibt es einen Lavasee boah ich habe keinen Bock das zurück zu rennen Alter wenn wir auch erst mal was die in seiner natürlichen Umgebung äh dann tötet dich oder hast du Sachen dabei ich hab einiges wertvolles dabei dann tötet dich hm ich weiß eigentlich wie lang rennen Luca wo wollen wir das Boot hinbauen? ja weiß ich noch nicht am besten nimmst mehr du ich sag ich bin ne wir machen wir machen das so äh wie keine Ahnung wie so eine Ausstellung weißt du so ein Ausstellungsstück oder einfach so eine Flasche nennen wo dann das Schiff rein das war mega extrem extrem wo ist eigentlich meine Ruhe hu 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 ha ha das ist du ha ach du du hast du ne Eisenachst äh ne Eisenachst oder ne Steineachst ich hab alles Steineachst ach so ich bin Peri Cox Oh Alter, ich wollte gerne dieses Lied hören Weißt du, was du mir gezeigt hast, wenn es kommt Damit Basti sich wieder aufregt I can get to sleep Da, 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 deep in a monkey Das war so geil Was ist deep in a monkey? Da, 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 ach so Ich dachte, du schlägst mich die ganze Zeit Oh, ich hab Hunger Sag das nicht Doch, wollte doch mal gesagt Das ist mir nicht zu Ich hab 5, oh, das ist ein Creeper 5 Level Creeper verpisst dich Welche Schwierigkeitsstupe ist das, normal, mittel oder hart? Äh, normal Okay Normal, mittel ist es selber Ich glaube, ich bin auf easy Was wollte ich gerade machen? Ach ja, ich hab mich umbringen, genau Nein, selbst Mörter Mörter? Ja, Mörter Ah nein, die groß voll Ich hab noch zwei Sachen Wieso sind die immer so viele Creeper? Ja, weil ich mich von denen töten lassen kann Boah, wie das frühe, im Frühmeichroft, Alter, wo es noch kein Hunger gab Und wo man noch nicht sprinten konnte Aber, nervig Aber wo man sich kein Leben regieren konnte ohne Essen Doch, ah ja, richtig Boah, Alter, die Creepersteuerern nur so hoch, ich glaube sogar, ich habe das jetzt schon wieder passiert, Wasser Ja, 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 ja Ja, ja, traf Musik Oh, ja, das verdasyte, sausages Ah ja, das ist schon wieder Ich hab schon wieder Ich hab' Lynn gewählt Ich habe jetzt von dir Mit dem Das war- Da-da-da-da da-da Ich kann auch noch andere Lieder singen, schön für dich. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich muss nachher mal einen Plan für die Klassenfahrt erzählen. Also nicht jetzt hier, das wäre ein bisschen dämlich. Dämlich. Boah, harter Feil! Das ist doch der Hammer! Oh, ich hab's gerecht! Nein! Ich schwöre, ich hab's dir! Hey, Bogen! Hey, Bogen! Ja, ich hab' das ganze Holz. Ja, ich hab' das ganze Holz. Ja, ich hab' das ganze Holz geschossen. Ja, das ist alles verbrannt. Ja, das ist alles verbrannt. Ja, dann gerade noch nie in unseren Tunnel da. Ja, dann hat man noch eine Brustplatte? Ja. Ja, die ist aber schon länger weg. Was? Ich hab' ja nach Dingen zu gehen, nach dem Dorf. Bei uns. Ich hab' ja allgemein den Besuch, dass da irgendwas anderes kam. Boah, wieso denn? Ja, ich hab' ja auch gelangetzt. Ja, da bist du wieder. Ich hab' ja gönnt. Ich hab' ja alles ganz entfällig gemacht. Oma.